Ich bin auf der Suche nach einem perfekten Weihnachtsgeschenk. Da komme ich bei uns vorbei und trans-Europa-E. Ihr könnt das Messer von Fiktioninox hier bei uns gerade gravieren lassen, mit dem Namen oder sonst mit einem guten Spruch. Wenn du das Messer ausgesucht hast und den Text auch ausgelesen hast, können wir es einspannen und direkt loslegen und eingravieren. Sobald wir die Gravur fertig haben, müssen wir sie putzen und die weisse oder schwarze Paste direkt reinlegen. Und voilà, das Messer ist fertig.